Hallo, Herr Meier. Herr Meier, dürfen wir reinkommen? Ja, natürlich. Ich hab da einen lang. Hier. Herr Meier, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Frau heute Vormittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Was? Meine Vipille? Es tut uns furchtbar leid. Mein Gott, das ist uns hetzlich. Das ist eine Katastrophe. Wir verstehen Ihren Schmerz. Gibt's vielleicht irgendwelche Bekannten oder Verwandten oder auch Freunde, die sich jetzt um Sie kümmern können? Die Susi. Die Susi Süßemeier. Meine Cousine. Aber die lebt in Pazusenhausen. Die kann mir meine Vipille auch nicht ersetzen. Natürlich nicht. Aber es wäre trotzdem ganz gut, wenn Sie Ihre Cousine anrufen könnten. Das Übrige werden wir dann morgen auf dem Polizeipräsidium regeln können. Noch eine Frage. Hatte ich viel großes Schmerzen bei Vortiges Tauben ist? Nein, überhaupt nicht. Also soweit ich weiß, ging alles sehr schnell. Ich weiß überhaupt nicht, was an dieser Situation so was von der Snootsick sein soll. Terima. Du sagst du was. Aber es ist jetzt einer Wahnsinn. Das ist die Bescheidigkeit.